Es ist ein schwerer Fehler, zu viel nachzudenken. Patrick Schumner, ich bin der Arzt. Willkommen an Bord, Mr. Schumner. Ein Intellektueller an Bord? Frag mich, wie er wohl mit uns rauen Seefahrern klarkommt. Wieso sind Sie Arzt geworden? Weil ich im Leben vorankommen wollte. Weg von meiner bescheidenen Herkunft. Doch jetzt sitzen Sie hier auf einem Wallfänger. Was ist aus den Ambitionen geworden? Kein Mensch hat zu dieser Jahreszeit so weit mördlich jemals einen Wall gefangen. Männer, Sie haben eine Nähe zur Dunkelheit. Wenn wir tiefen, das wird allmählich kälter, Tag für Tag. Wieso also beschäftigt Sie das so sehr? Ich glaube, ein guter Arzt sollte eine gewisse Moral hochhalten. Wir werden das Tiere, wenn Sie aufgeben. Ich denke, ein toter Schiffsjunge ist noch das kleinste unserer Probleme. Bei weitem das kleinste. Der einzige Teufel ist der in uns selbst. Vielleicht lässt sich das Leben nicht überwundern und überlebt werden. Und so wie der Mensch gerade dazu in der Lage ist. ! Untertitelung des ZDF, 2020